am ersten montag im juni wieder einmal unterwegs in den holbach niederung beobachten die jungstörche liegt auf dem wirtschaftsweg ein maikäfer leblos vorsichtig mit einem blatt geben wir den käfer auf die sitzfläche vom rollator um ihn zu unserem kastenwagen zu bringen dort haben wir ein stativ das wir nicht mitgenommen hatten unerwartet bewegte sich der kleine käfer das jetzt sehen könntest unbeirrt machte er seinen weg nach oben und da gab es für ihn kein hindernis hier 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 Oben angekommen, die Flügel ausgebreitet, flog er weg. Was wir leider nicht mehr filmen konnten. Das nächste Mal. Die Flügel ausgebreitet, flog er weg. Die Flügel ausgebreitet.